Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und dieses Video habe ich schon bei der Real Life Typ hochgeladen, aber nicht natürlich das gleiche, sondern ein bisschen abgeändert. Ich wollte euch nur sagen, dass ich erstens mal natürlich einiges ändere. Zum Beispiel meine Real Life Videos werden nicht einfach hier planlos hochgeladen. Zum Beispiel die Real Life Videos werden nicht einfach in der Küche aufgenommen, wie ich das früher gemacht habe, oder einfach mitten im Zimmer, wo noch Zeug von mir rumgelegen hat. Nee, ich habe mir einfach gedacht, hey, ich muss mir mal eine weiße Wand hier aufstellen, weil einige YouTuber haben das ja auch schon. Vielleicht werde ich auch mal hier ein Poster hinhängen, damit es ein bisschen gemütlicher aussieht. Oder vielleicht hier ein Tisch mit einer Kerze oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich muss auch erst mal schauen. Auf jeden Fall habe ich erst mal einen weißen Hintergrund hier gemacht. Das ist übrigens eine Wand hier. Keine Angst, das ist nicht irgendwie Fotomontage hier. Das hier ist wirklich eine Wand. Und ja, es wird auf jeden Fall Samstag und Sonntag keine Videos geben, weil ich auf einem Fest bin. Und bei diesem Fest muss ich arbeiten und habe dann auch keine Zeit, dort neue YouTube Videos zu machen. Deshalb tut es mir jetzt schon mal leid, aber ab Montag oder ab Dienstag wird es auf jeden Fall dann wieder Videos geben. So, ähm, ja. Mann, Mann, Mann. So, genau. Das hat sich natürlich geändert, dass ich jetzt meine Real-Life-Videos mit einer weißen Wand mache. Und weil ich natürlich schon die einigen anderen Real-Life-Videos angeguckt habe und mir gedacht habe, oh Mann, das ist nicht gerade passend. Ich erzähle hier was über Gott und die Welt und im Hintergrund ist eine Rewe-Korb oder ein Umzugskarton zu sehen oder ein paar Motten, die wegfliegen. Keine Ahnung. Sowas zum Beispiel. Deshalb weiße Wand ab sofort, Poster wird vielleicht auch noch kommen und vielleicht hier einen Tisch mit einer Kerze. Und dann werden wir uns vielleicht auch mal hier einen Tisch hinstellen und dann werde ich auch mal Alkohol, also Spirituosen kaufen oder mal Bier und dieses Zeug einfach mal testen. Ne? Solche Sachen. Ganz interessante Sachen. Der junge Zocker hat noch viel, viel, viel vor und ich freue mich einfach auf euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Jogames.com auf der Playstation 4 aka Der Real-Life-Typ. Bis dann und ciao!